Silvia Wollny im Krankenhaus, Ärzte ratlos. Ihre Familie sorgt sich um ihr Leben. Die Sorge um Silvia Wollny ist riesig. Ihr gesundheitlicher Zustand hat sich drastisch verschlechtert. Jetzt ist sogar von einem Hirnschlag die Rede. Silvia Wollny geht es gar nicht gut. Ich hatte in den letzten Tagen ziemlich große gesundheitliche Probleme. Ich hatte Druck im Kopf, Schmerzen und blaue Flecken auf dem Kopf. Alles hat wehgetan. So was gab es bei mir noch nie, erzählt sie in der neuen Folge von Die Wollnys, eine schrecklich große Familie. Im Krankenhaus soll endlich die Ursache gefunden werden. Punkt Achtung, Spoiler, dieser Beitrag enthält Informationen aus der neuen Wollny-Folge, die RTL 2 am kommenden Mittwoch, 16. Oktober, um 20.15 Uhr im FreeTV zeigt. Beim Streaming-Dienst RTL Plus ist die neue Episode wie immer bereits eine Woche früher verfügbar. Punkt. Familie Wollny sorgt sich um Silvias Leben. Für uns alle ist das eine angespannte Situation momentan. Keiner weiß, was hinten und vorne ist. Keiner weiß, was mit Silvia in naher Zukunft ist, fasst ihr Verlobter Harald zusammen. Auch ihre Töchter in Deutschland sind in großer Sorge. Da geht es um das Leben meiner Mutter, schluchzt Silvana. Bei Schwester Estefania Kolan dicke Tränen. Ich habe Angst, dass irgendwas passiert und wir nichts tun können. Punkt. Hatte Silvia Wollny einen Hirnschlag? Im Krankenhaus soll endlich Klarheit geschafft werden. Ein EKG, ein MAT und ein Ultraschall der Halsschlagader stehen auf dem Plan. Die Ärzte gehen von einem Hirnschlag aus. Ob das jedoch die einzige Ursache für Silvias Beschwerden ist? Völlig unklar. Deshalb soll Silvia einige Tage im Krankenhaus bleiben. Doch das kommt für sie nicht in Frage. Hier bleiben tue ich auf keinen Fall. Untersuchungen können die auch so für mich machen, stellt die Elffachmama klar. Das ist eine richtige Tortur, die ich über mich ergehen lassen muss. Ärzte in Deutschland sollen Silvia Wollny helfen. Trotz all der Untersuchungen können die Ärzte keine klare Diagnose stellen. Deshalb möchte Silvia sich eine zweite Meinung einholen. Ich schicke alles nach Deutschland und lasse dort nochmal überprüfen. Dann bin ich auf der sicheren Seite. Doch ein Flug nach Deutschland ist in ihrem Zustand nicht möglich. Ob die Ärzte ihr trotzdem helfen können? Und dass Silvia bald besser geht? Das zeigt sich in den nächsten Folgen. Stütz-BH oder normale Stop? In einer Instagram-Story meldet sich Loredanas Verlob, dass er wäre zu Wort. Als ein Fan während seiner Fragerunde genau das fragt, was andere Fans auch brennend zu interessieren scheint, nimmt der 25-Jährige kein Blatt vor den Mund. Auf die Frage hat Loredana eine Brust-OP? Oder wieso das schwarze Oberteil zum Stützen? Antwortet der Familienvater ganz sachlich, nein das ist ein normales Stop und beendet damit die Spekulationen. Die 20-jährige Mutter hat sich zu den Vermutungen bisher jedoch nicht geäußert. Ob sie einen solchen kontroversen und invasiven Eingriff ihren Fans gegenüber zugeben würde? Werden Schönheitseingriffe zur Familiensache? Es wäre auch nicht der erste Eingriff, den die jüngste Wollny-Tochter vornimmt. Anfang letzten Jahres ließ sich die junge Influencerin in der Türkei die Zähne machen und strahlte Kamera inzwischen mit hellweißen Kronen entgegen. Loredana ist nicht das einzige Mitglied der Wollny-Familie, das sich für das ideale Schönheitsbild unters Messer legt. Ihre Mutter Silvia und ihre Schwestern Silvana und Sarafina haben sich in den letzten Jahren auch schon öffentlich zu Eingriffen bekannt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017